Auf dem Platz einer, der hinlangt, dahin geht, wo es weh tut, ihm selbst und anderen. Ermin Bicakic gekommen, um zu stabilisieren, zum Stützpfeiler geworden, gekommen, um etwas zu bewegen. Bevor ich hier hergekommen bin, habe ich gesagt, ich werde hier nach Hoffenheim nicht nur kommen, um Familienausflüge zu machen oder die schöne Luft im Süden wieder zu schnuppern, sondern natürlich bekommst du nirgendwo was geschenkt, du musst dir alles hart erarbeiten. Es zählt jetzt nicht mehr, was am Wochenende auch zum Beispiel war, sondern jetzt musst du dich wieder Tag für Tag im Training, aber auch dann am Wochenende wieder beweisen. Einer, der den Wettkampf liebt, einer, der anders ist, auf dem Platz und abseits. Ausgefallen, auffallend, eloquent, einfach Ermin. Ich wollte nie zu der Kategorie gehören, wo in der Fabrik hergestellt werden und hinten das gleiche Produkt rauskommt. Ich war schon immer eigen, ich bin wirklich so ein Typ. Natürlich ist es heutzutage so, dass man auch in den Medien oder in diesem Business einfach auch manchmal aufpassen muss, was man sagt. Trotzdem kann ich von mir behaupten, dass ich auf jeden Fall ein Typ frei Schnauze bin. Aber das ist jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, ich möchte der Typ sein. Ich bin es einfach so, ich bin der Ermin, den du hier auch sitzen siehst. Ist er fit, ist er bei Markus Gisdol bislang gesetzt. In der TSG Innenverteidigung, Abräumer, Aufbauer, Sicherer, kompromisslos. Klar, die Spielweise ist hart aber fair, aber man darf da nicht vergessen. Ich meine, wer austeilt, muss auch einstecken können. Und da sind die Gegner vielleicht auch gut vorbereitet. Vielleicht ist es auch so eine Sache, wie ich angegangen werde, einfach durch ein Wissen, durch meine Mentalität, mich vielleicht dadurch zu provozieren oder wie auch immer. Absichtlich mache ich das bestimmt nicht, dass ich da auf dem Boden liege. Aber am Ende des Tages, wenn die Entscheidung dann für uns fällt, dann ist es auch in Ordnung, dann stecke ich gerne ein. Teamplayer der harten Sorte mit einer weichen Seite, Grätsch und Gesang. Kein Widerspruch. Modemusik und sowas interessiert mich einfach jetzt, wenn wir es etwas konkreter sagen möchten. Und ja, wie gesagt, da hole ich meine Energie, da schalte ich ab und das ist meine Art und Weise, wie ich damit umgehe. Ermin Vitschaktschitsch, Stabilisator im Strafraum, Künstler in der Freizeit, auf jeden Fall gekommen, um zu bleiben.